Beheben Sie Leistungsverzögerungen für Xiaomi Redmi 10C und stellen Sie Kontakte, Chat, Daten, Fotos und SMS wieder her. Wie kann ich das langsame Xiaomi Redmi 10C reparieren? Damit es schneller und reaktionsfähiger läuft, Behebung der verzögerten Leistung. Einfache Lösungen, um zu beheben, dass Xiaomi Redmi 10C langsam läuft. Dies ist das durchschnittliche Smartphone, das mit einem 6,71 Zoll LCD-Bildschirm ausgestattet ist. Wenn wir dieses Telefon von Grund auf neu einrichten, läuft alles schnell und ohne Probleme mit Android 11. Aber nach mehrmonatiger Nutzung treten bei einigen Benutzern Verzögerungsprobleme auf. Was sollen wir machen? Bitte lesen Sie einige Informationen darüber, wie Sie das Xiaomi Redmi 10C schneller machen können. Warum wird das Xiaomi Redmi 10C langsam und reagiert nicht mehr? Dieses Telefon wird von einem 4G Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 Prozessor angetrieben. So dass wir keine 5G Verbindung für den Zugriff auf Breitband Internet verwenden können. Dieser Prozessor arbeitet mit einer Octa-Core CPU, die über zwei Cluster verfügt. Der erste ist ein Quad-Core Creo 265 Gold mit 2,4 GHz für schwere intensive Anwendungen und ein Quad-Core Creo 265 Silver mit 1,9 GHz für einfache leichte Anwendungen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Die Leistung ist normalerweise langsam, da dieses Telefon mit vielen Multitasking-Apps funktioniert. Dies kann dazu führen, dass die Prozessor- und RAM-Ressourcen nicht ausreichen. Dieses Telefon verfügt über zwei RAM-Optionen. 3 GB oder 4 GB. In diesem Moment versucht Xiaomi Redmi 10C, die ältere App zu finden, die nicht verwendet wird. Und versucht, sie zu schließen, um mehr RAM-Ressourcen bereitzustellen. Wenn dieser Vorgang stattfindet, friert das Telefon für eine Weile ein. Bitte installieren oder führen Sie nicht mehrere Anwendungen gleichzeitig aus. In vielen Fällen treten Probleme langsam auf. Wenn wir viele Anwendungen gleichzeitig ausführen. Es wird mehr RAM- und Prozessor-Ressourcen verbrauchen. Wir empfehlen daher, einige nicht verwendete Apps zu deinstallieren. Wenn wir diese Apps nicht wirklich verwenden. Einige von ihnen laufen im Hintergrund und warten auf die Aktualisierung der Daten. Wodurch mehr RAM verbraucht wird. Durch das Entfernen einiger Apps läuft dieses Telefon schneller. So beheben Sie Verzögerungsprobleme beim Xiaomi Redmi 10C. Xiaomi Redmi 10C verwendet RAM, um beliebige Apps auszuführen. Neben dem RAM müssen wir auch wissen, wie viel freier interner Speicher noch übrig ist. Denn wenn der interne Speicher voll ist, verringert sich auch die Leistung des Xiaomi Redmi 10C oder wird langsamer. Einige Verzögerungsprobleme beim Xiaomi Redmi 10C werden durch Apps verursacht. Wir stellen jedoch auch fest, dass einige Xiaomi Redmi 10C aufgrund der Verwendung nicht originaler Firmware oder benutzerdefinierter Rooms verzögert werden. Warum verzögert oder wird das Xiaomi Redmi 10C beim Spielen einiger Spiele langsamer? Die GPU wird zur Unterstützung der Spieleleistung verwendet. Dieses Telefon wird von einem Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Prozessor und einer Adreno 610 GPU angetrieben. Erwarten Sie bitte nicht viel von der Wiedergabe von HD-Spielen mit dieser GPU, da sie für mittlere Spiele unterstützt wird. Allerdings sind langsame oder verzögerungsfreie Spiele meist auch auf unzureichenden Arbeitsspeicher zurückzuführen. Bitte versuchen Sie, unser Xiaomi Redmi 10C vor dem Spielen schwerer Spiele zurückzusetzen. Um alle temporären Dateien und den Cache früherer Apps zu bereinigen. Wie kann man die Leistungsgeschwindigkeit des Xiaomi Redmi 10C steigern und es schneller laufen lassen? Die ersten Schritte, die Sie durchführen sollten, sind ein Zurücksetzen oder Neustarten. Um temporäre Dateien und den Cache zu entfernen. Normalerweise kann die Geschwindigkeitsleistung nach dem Neustart des Telefons schneller werden. Bitte deinstallieren Sie alle Anwendungen, die Sie nicht verwenden. Wir können versuchen, im Menü, Einstellungen, größer als, Anwendungen, die inaktiven Anwendungen, auszuwählen und dann, deinstallieren, auszuwählen. Einige werkseitig vorringestellte Apps verfügen nicht über eine Schaltfläche zum Deinstallieren. Wir können sie jedoch deaktivieren, indem wir im Menü, Einstellungen, Bindestrich größer als, Anwendungen, Bindestrich größer als, Deaktivieren, des Telefons die Schaltfläche, Deaktivieren, auswählen. Diese Schritte können auch die Nutzung von RAM und Prozessorressourcen reduzieren. Wenn alle Lösungen die Leistung immer noch nicht verbessern, ziehen Sie bitte einen Werksreset auf die Standardeinstellungen in Betracht. Befolgen Sie die Schritte auf der Seite Xiaomi Redmi 10C Hard Reset, Re-Format mit der Hardware-Tasten-Kombinationstaste. Bitte beachten Sie, dass einige Menü-Optionen aufgrund eines Firmware-Updates oder einer anderen Möglichkeit anders sein werden. Bitte nutzen Sie die Kommentarmöglichkeiten unten. Um eine weitere Frage zu diskutieren, stellen Sie Xiaomi Redmi 10C Kontakte, Chat, Daten, Fotos und SMS wieder her. Tipps zum Sichern aller wichtigen Daten auf Xiaomi Redmi 10C Dabei handelt es sich um ein 4G-Smartphone, das über keine 5G-Verbindungen verfügt. Viele Benutzer verstehen nicht, wie wichtig es ist, Sicherungsdaten zu haben. Wir verlieren alle Daten, wenn auf dem Telefon etwas passiert. Zum Beispiel Telefonverlust oder Hartware-Schaden. Wir werden viele Fotos und Videos in diesem Telefon haben. Da es über eine Dual-Rückkamera mit 50 MP Breite plus 2 MP Schärfentiefe verfügt. Die Auflösung der Frontkamera beträgt 5 Megapixel. Wir bieten einfache Schritte zum automatischen Sichern aller Ihrer Fotos und Videos mithilfe des kostenlosen Cloud-Speichersaffaires mit Google Fotos Xiaomi Redmi 10C Sicherungsvorgang Melden Sie sich mit einem Google-Konto an, um den Kontakt oder das Telefonbuch auf dem Xiaomi Redmi 10C zu sichern. Fast jeder von uns wird in Xiaomi Redmi 10C viele Kontakte oder Telefonbuchdaten haben, die für unsere Aktivität sehr wichtig sind. Wir müssen alle wichtigen Daten an einem sicheren Ort sichern. Eine wichtige Sache bei der Verwendung von Android ist, dass wir unsere Kontaktdaten mit dem Google-Konto synchronisieren können. Wir müssen lediglich sicherstellen, dass unser Telefon bereits mit unserem persönlichen Google-Konto angemeldet ist. Nach der Anmeldung oder Anmeldung synchronisiert oder sichert das Android-Telefon standardmäßig automatisch Daten mit dem Google-Cloud-Server, sodass wir über zwei Telefonbuchspeicher verfügen. Einen im Xiaomi Redmi 10C und einen in https.doppelpunkt-slash-slash-contacts.google.com Bitte überprüfen Sie diese Adresse, um sicherzustellen, dass alle Daten tatsächlich auf einem Google-Server gesichert werden. Diese Schritte zeigen, ob unser Xiaomi Redmi 10C mit dem Google-Cloud-Server synchronisiert. Wird Schalten Sie das Xiaomi Redmi 10C ein. Öffnen Sie das Menü, Einstellungen, Größer als, Konto, Größer als, Google, und stellen Sie sicher, dass Sie bereits ein Gmail-Konto eingerichtet haben. Wenn Sie ein Google-Gmail-Konto hinzufügen müssen, tippen Sie auf Konto hinzufügen. Bitte sehen Sie sich Ihr Konto an und stellen Sie sicher, dass die Synchronisierung aktiviert ist. Wie kann ich das Telefonbuch oder die Kontakte auf dem Xiaomi Redmi 10C manuell auf der SD-Karte sichern? Wir können die Kontaktdateien im externen Speicher, sofern verfügbar, oder im internen Speicher behalten und diese Dateien per E-Mail oder über einen anderen Cloud-Speicher wie Dropbox oder Google Drive kopieren oder senden. Neben der Sicherung unseres Kontakts in der Google Cloud können wir über das Exportmenü in der Kontaktliste auch unseren Kontakt oder unser Telefonbuch auf dem Xiaomi Redmi 10C sichern oder Exportieren Schalten Sie das Xiaomi Redmi 10C ein. Öffnen Sie Apps, Kontakte. Wählen Sie alle zu sichernden Kontakte aus. Kontakte größer als Menü, größer als Kontakte exportieren, sichern. Wählen Sie, auf Speicher, SD-Karte exportieren. Der Name der exportierten Datei wird angezeigt, um uns mitzuteilen, wo sich die exportierte Datei befindet. Schließen Sie die Sicherung der Xiaomi Redmi 10C Kontakte auf der Speicherkarte ab. So sichern und wiederherstellen Sie Daten auf dem Xiaomi Redmi 10C. Wie kann ich ein Xiaomi Redmi 10C Foto, Foto sichern? Es ist auch wichtig, die Fotos zu sichern. Denn mit einer guten Kameraqualität auf dem Xiaomi Redmi 10C haben wir viele wichtige Fotos für die besonderen Momente. Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Medien wie Fotos und Bilder auf mehreren Websites zu sichern. Auf externe Speicherkarte sichern oder kopieren. Schalten Sie das Xiaomi Redmi 10C ein. Öffnen Sie den Startbildschirm. Suchen Sie den Dateimanager, File Commander und starten Sie ihn. Wählen Sie den internen Speicher. Wir werden viele Ordner sehen. Halten Sie zum Auswählen einen Ordner gedrückt. Nachdem Sie einen Ordner ausgewählt haben, wird die folgende Liste angezeigt. Wählen Sie im Menü unten die Option Alle auswählen. Wählen Sie Kopieren oder Verschieben. Aber verwenden Sie besser Kopieren. Um verlorene Dateien zu reduzieren, wählen Sie Menü größer als SD-Karte. Wählen Sie den neuen Ordner, in den wir diese Dateien kopieren möchten. Wählen Sie Einfügen. Bitte überprüfen Sie unbedingt manuell im MicroSD-Ordner, ob alle Dateien bereits kopiert wurden. Auf Computer sichern oder kopieren. Schalten Sie das Xiaomi Redmi 10C ein. Verbinden Sie das Xiaomi Redmi 10C mit einem USB-Datenkabel mit dem Computer. Stellen Sie sicher, dass der Computer eine Verbindung zur Speicherkarte des Xiaomi Redmi 10C herstellen kann. Andernfalls versuchen Sie, den Benachrichtigungsbereich vom Xiaomi Redmi 10C nach unten zu wischen und USB als Medium verbinden, auszuwählen. Wenn der Computer bereits in der Lage ist, die Daten des Xiaomi Redmi 10C-Telefons zu lesen, öffnen Sie mit dem PC-Datei-Explorer die DCIM-Ordner auf dem Xiaomi Redmi 10C und kopieren Sie alle Ordner oder Dateien an einen bestimmten Speicherort auf unserem Computer. Wenn alles fertig ist, versuchen Sie bitte, alle Bilder von unserem Computer zu öffnen, um sicherzustellen, dass alle Daten bereits problemlos gesichert, exportiert oder kopiert wurden. Sichern Sie Xiaomi Redmi 10C Fotos, Videos in Google Fotos. Schalten Sie das Xiaomi Redmi 10C ein. Stellen Sie sicher, dass wir die Google Fotos Apps aus dem Google Play Store installiert haben. Öffnen Sie die Google Fotos Apps auf dem Xiaomi Redmi 10C. Wählen Sie die Einstellung in den Google Fotos Apps. Einstellung größer als Sichern und Synchronisieren ein. Wählen Sie im Menü Sicherung und Synchronisierung bitte Ihr Google Sicherungskonto aus. Bitte wählen Sie im Menü Backup und Sync die Uploadgröße auf. Hohe Qualität stellen Sie sicher, dass noch genügend Kapazität vorhanden ist. Standardmäßig werden Fotos und Videos im unbegrenzten Backup von Google Fotos gesichert. Wenn das Xiaomi Redmi 10C mit WLAN verbunden ist. Wiederherstellungsverfahren für Xiaomi Redmi 10C. Stellen Sie den Sicherungskontakt vom Google Konto auf Xiaomi Redmi 10C wieder her. Wenn wir Xiaomi Redmi 10C neu formatieren oder einen Hard Reset durchführen. Werden alle Daten entfernt oder gelöscht. So dass wir alle Kontakte auf Xiaomi Redmi 10C wieder herstellen müssen. So stellen Sie wieder her. Schalten Sie das Xiaomi Redmi 10C ein. Gehen Sie zu Menüeinstellungen größer als Konto größer als Google. Fügen Sie unser Google oder Gmail Konto hinzu. Beim ersten Mal können wir die Kontaktsynchronisierung erzwingen. Um Kontakte vom Google Server auf dem Xiaomi Redmi 10C wieder herzustellen. Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierung aktiviert ist. Um unseren Kontakt weiterhin mit dem Google Cloud Server zu synchronisieren. Stellen Sie den Sicherungskontakt von der SD, Micro SD Karte, dem internen Speicher auf dem Xiaomi Redmi 10C wieder her. Schalten Sie das Xiaomi Redmi 10C ein. Wählen Sie Kontakte. Wählen Sie Liste aus Kontakten, größer als Kontakt importieren. Wählen Sie aus Speicher, SD Karte importieren. Wählen Sie den Ordner aus, den wir in unserem Kontakt gespeichert haben. Wählen Sie den Import einer VK-Datei. Xiaomi Redmi 10C stellt die Google-Fotos-Sicherung wieder her. Stellen Sie Sicherungsfotos und Videos von Google Fotos auf Xiaomi Redmi 10C wieder her. Installieren Sie Google Fotos auf unserem Xiaomi Redmi 10C. Wählen Sie die Einstellung in den Google Fotos Apps. Einstellung größer als Sichern und Synchronisieren ein. Melden Sie sich für Google Fotos Apps bei Ihrem vorherigen Google Konto an. Warten Sie einen Moment, wenn das Xiaomi Redmi 10C mit dem WLAN verbunden ist. Dann werden unsere Fotos und Videos auf unserem Telefon wieder hergestellt. So sichern und wiederherstellen Sie SMS-Textnachrichten auf Xiaomi Redmi 10C. Es gibt einige Optionen zum Sichern von SMS-Textnachrichten von unserem Telefon. Wir empfehlen die Verwendung und den Download der SMS-Backup und Restore-Apps aus dem Google Play Store. Store. Wir können alle SMS-Gespräche im Telefonspeicher, interner oder externer Speicher sichern oder Cloud-Speicher wie Google Drive oder Dropbox nutzen. Bitte befolgen Sie diese Schritte um. Laden Sie SMS-Backup und Restore aus dem Google Play Store herunter. Wählen Sie im Menü dieser Apps bitte, jetzt sichern. Wählen Sie in unserer Textnachricht aus, was Sie sichern möchten. Wählen Sie einen Backup-Speicherort. Wir empfehlen die Verwendung von Google Drive. Sofern wir bereits über ein Gmail-Konto verfügen, bei dem wir uns anmelden können. Wir können auch einige andere Optionen für den Backup-Speicherort auswählen. Zum Beispiel Dropbox oder den internen, externen Telefonspeicher. Wir können wählen, ob die Sicherung nur einmal oder zu jedem angegebenen Zeitpunkt erfolgen soll. Wiederherstellung von SMS-Textnachrichten auf Xiaomi Redmi 10C. Diese Schritte können nur funktionieren, wenn wir die oben genannten Schritte zum Sichern von SMS-Textnachrichten mit der SMS-Backup und Restore-App aus dem Google Play Store befolgen. Öffnen Sie die App, SMS-Backup und Restore, und wählen Sie, Wiederherstellen, aus dem Menü. Wählen Sie aus, wo zuvor ein Backup erstellt werden soll, lokaler Telefonspeicher. Google Drive oder Dropbox. Melden Sie sich an oder suchen Sie auf unserem Telefon nach. Sicherungsdateien. Wählen Sie aus den Sicherungsdateien aus, was wir wiederherstellen möchten, Nachrichten oder Telefonanrufe. Wählen Sie die Schaltfläche, Wiederherstellen. Wie kann ich den WhatsApp-Chat-Verlauf auf Xiaomi Redmi 10C sichern? WhatsApp ist in vielen Ländern sehr beliebt. Wir können mit jedem Kontakt geräteübergreifend kommunizieren. Es gibt viele wichtige Informationen, die wir von WhatsApp-Chat-Kontakten behalten. Daher müssen wir den gesamten WhatsApp-Chat-Verlauf sichern und ihn auf einem neuen Telefon oder einem ähnlichen Gerät wiederherstellen, wenn ein Problem auftritt. Bitte folgen Sie dieser Seite, um den WhatsApp-Chat-Verlauf oder Medienfotovideos von Xiaomi Redmi 10C zu sichern und wiederherzustellen.